Hallo So, da sind wir wieder Oh, da sind wir wieder Hallo, ich bin der Knie Ich merke so langsam, muss ich mich mal wieder um Essen kümmern Jeden Moment, wenn ihr zwei Blöcke zum Abbauen habt und beim vorletzten Block zutricht euer Werkzeug Dieser Moment Dieser Moment Vielleicht soll ich mich mal um Dings kümmern Um Fenster Braucht denn schon Fenster, wir sind Game Ich bin, ich bin in einer Vault Fenster wären nur die Da geht ein so'n Fenster straight nach oben Bei dir Luftzufuhr Ich sollte mal gucken, wo ich die Vault dann baue Wie heißt der Vault dann? Vault 404 Achso Ever Vault not found Genau so Welt lustig Nein! Oh ich hasse es, das ist ja immer das falsche Holz nirg Hm? Verstehst du jetzt das Problem? Das ich angesprochen hab? Ja ich weiß das Krass Klickt Das ist schön Boah! Cool Ich finde kein normalen Rather relationships LeD銀 Näh, Gebiet bin ich jetzt mittlerweile, da sind gerade keine Waffe Oder nur ein, nämlich an73 Kanälen Ich höre einen Enderman Oh Wölfe Ich auch Müssen wir mal 100 mitnehmen gleich Alles klar So Jetzt mal eben Sand Vielleicht sind wir sogar Nachbarn Nein Ich hab dir gesagt, dass ich die Endermänner höre Weil hier überall Endermänner sind Ich seh, weißt du nicht, 10 Stück gerade so gefühlt Es schneit gerade da Sind die eigentlich nicht so oft unterwegs Ja die Die wissen auch hier die ganze Zeit Ich bin gerade im Schneegebeet Weil ich Rubberbäume suche Im Schneegebeet gibt es keine Rubberbäume Ich weiß auch, ich muss ja da durchgehen Ich muss ja trotzdem hier vorbei Irgendwann müssen wir mal richtig schön in Sand fahren Aber ich muss erst mal Mich jetzt um Kisten kümmern Diese Aufnahme wird Kisten gemacht Und dann haben wir das nächste Mal Das Bässe hier waschen können Und dann Und dann Gehts los Ein Schaf Ich brauche ein fucking zweites Schaf Warum? Ich nehme jetzt erstmal das hier mit Aber ich hätte nicht warum denn überhaupt Das hat aufgehört Warum? Um Lecker Schaf wieder so hart Hört auf rumzulaufen Von mir leckt es gerade überhaupt nicht Das ist richtig Alter Weει Oh ja Ok ich dachte schon Das wäre ein Diamanten Aber es ist irgendwie Dunks denn Tanks Das ist aber auch nicht so bad Wolfram? Ok das ist sogar geil Hast du Wolfram gefunden? JaTanks ist Wolfram Du kriegst bald noch nen Freund, mach dir keine Sorgen. Ach, geh doch weg, die sammeln sich in meinem Haus mittlerweile. Achso, ich realisiere gerade, es hat aufgehört zu regnen, dafür ist wieder Nacht. Schön! Jetzt kannst du los. Ich krieg dieses Kotzen, ey. So, kommen wir zum Christenmanagement. WTF? Ob der Actual Fark? Ah, der Crafting-Table, stimmt. Richtig viele geile Schafe haben wir gefunden. Oh, geil. Das ist eigentlich nicht so aus, Martin. Das müsste eigentlich ein bisschen weiter nach links. WC, D, E, F, G, A, J, J. Was, H, J? H, J, 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 J. Wollen wir mal hier. Hier finde ich gut. Ach, kein Bock zu entschaffen hinzulaufen. Ja, Chef dringendurch dieses Schneegebild durchzukommen. Oh, jetzt aber wo. So, die müssen wir noch weg machen. So. Hey, noch mehr Wolfram. Da müssen wir noch zu machen. Ich habe auch Green Sapphire. Ich glaube, sowas nennt man auch Emerald. Ne, das sind verschiedene. Nein, das sind Saphire. Keine Emerald. Aber das sind grüne Saphire. Ja, aber es gibt auch trotzdem auch Emeralds. Also es ist getrennt. Hallo. Ist ein bisschen doof. Ich kann nur um die Schafe zu scheren eigentlich, aber irgendwie misstig. Ja, wer muss ja den Arsch ausputzen. Hm. Schau mal hier. Werdchen, werdchen. 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 Da kommen vielleicht Kisten. Werdchen. Ne, kommt da nicht. Werdchen. Kisten, komm mal anders. Was, Alter. Fuck, vielleicht müssen wir nochmal umbauen. Shit. Scheiße. Was hier? Junge, hau doch einfach aus meinem Haus. Hast du kein eigenes Haus? Offensichtlich nicht. Ich bin schon fast 1000 Meter von Hause. Immer diese Obdachlosen, die Asyl suchen. Ich finde nix anderes, außer... Oh, da ist ne Wüste. So, jetzt brauchen wir alles an Holz. Ja, da bin ich schon mal nicht mehr im Schnee gerät. Ja, da ist überall Wolfram. Was soll denn die Kacke? Danglewood. Auf den Wolfram. Ja, ja, klar. Mach die Tür auf, du blöder Enderman. Ich schuss auch nicht. Werdchen, weil ich noch keine Munition hab für meine Wache. Oh mein Gott, ey. Hier nochmal wieder so. Hallo Rüstung. Hallo Rüstung. Ja, das sind erstmal genug Kisten. Ah, natürlich nicht. Von hier anfangen. True. It. Oh, schade. Rüstung. 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 Aufgang. Habe ich halt genoobt. Beim Kisten war das grüne. Achso. Fuck. Aufgangspinne wurde mir gerade eingefallen. Oh. So. Spinne. Back hier nicht rum. Ah. Hm, ich bin eine Spinne. Ich vergifte dich. Aua. Nein, das war halt vorhin. Nein, das war halt vorhin. Nein, das war halt vorhin. So, Spinn-Spawners abgebaut. Ach, machen wir einfach mal Holz mal. Jetzt mal hier hin. Dirt. Holz. So, wir nehmen jetzt aber erstmal alles mit, was wir hier finden. Dirt. Holz. Und dann die Farming Session. Holz. F remembered. Kool, ich bin ja nicht so schwerer. Ich weiß Zombie, hau ab. Wieso alle Reisen schwirren? Sie tragen die manchmal. hecho. Schlucht. Wenn hier alles rumkäuen kann, aber man muss halt. So, Rubber kommt hier rein. Hey! Warum!? Hau ab! Hau ab! 4,5 Creeper ist klar. Das würde auch Spaß machen. Komm her, gib mir Nikolit. Hey Sascha, ich bin ja bei unserer alten Hütte. Lol, wie weit bist du denn gelatscht? Ja, ich finde halt keinen Wald. Hast du eine Ahnung, was das ist, Robert? Dann tu mir den Gefallen und bring genug für mich mit. Hier ist keine Ahnung. Sand? Und keine Ahnung, da kommt dann später Sand aus rein. Hier ist kein Rubberbaum. Was war noch mal das kürzere, um zu gucken, was man aus den Dingern machen kann? Was? Ah, ok. Nikolit Block. Blue Alloy, irgendwie, wenn ich das mache. Blue Alloy? Blue Alloy, den wir jetzt haben. Das war's. Aus diesem Nikolit. Ah, du brauchst dafür Red Power. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ohne Witz. Ich glaube, sie habe eigentlich die Schnauze voll. Ohne Witz. 1200 Meter von zu Hause weg. Und ich habe immer noch keinen einzigen Rubber-Tree gefunden. Direkt daneben waren Rubber-Trees. Ah, nicht bei mir. Ok. Wenn du über 2000 weg bist, dann bist du ja fast wieder am Spawn. Ja, tatsächlich bin ich jetzt auch fast wieder. Ja, beim Spawn gibt es 100% die Hilfe. Ja, das sind wir. Mal so. Ich glaube, ich kann das hinzurem. Ist das schon mal klar? Ja, aber ich will wieder woanders gucken. So. Das ist eine riesige Wüste. Alter. Da ist eine... Genau, da ist unsere Pyramide, in der wir waren. Chunk-Feder bei mir hat sich immer noch ein Ding geholt. Was ist denn da los? Oh, Creeper. Ah, ein Moment. Da kommt mir hier der Quatsch rein. Ich habe Gold, ja Mensch. Ähm. Ich werde ihn ja auch nicht angucken. Ich werde wahrscheinlich eh wieder alles gucken. Bis auf ihr, Mann. Oh, das war nicht die Pyramide, in der wir waren. Das ist eine neue Pyramide. Ganz schlechte Idee, hier zu sein. Oh Gott, ich muss hier weg. Was? Gebt du den Chopper? Ja, ja. Ich habe einen Roboter-Sack-Thing, habe ich hier noch. Mann! Das ist der Fall. Nicht das. Erze. Oh nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Hey, Ferris auch. Das ist... Nicht runterfallen, habe ich gesagt. Ach, ihr seid doch scheiße. Ist doch irgendwas wichtig. Für irgendwas. Da können wir halt das auch rein, was ist... Was? Wie kann ich... Ne, nicht schweife. Wie kann ich kisten und... Ah, ja, stimmt. Ja, doch. Da war was. Hm? Ich muss Schilder machen. Was? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh, Diamant. Ich muss mal anfangen mit... Ich muss mal anfangen mit... Electricity. Weil ich muss niesen. Das war... Das war... Das war... Das war... Tiny Ingot. Was ist das denn? Das ist auch schon ewig, ja. Das ist das andere. Das ist das andere. Das ist shiny, shiny. Mit dem ganzen Tech-It-Kram fange ich nächste Session an, liebe Leute. Ah! Ja. Erstmal wird standardmäßig gebaut. Richtig. Jetzt ne schöne Farming-Session, dass ich allen möglichen Scheiß für nächstes Mal habe. Ah! Oh. Ohvielf. Oh, ja. Oh. Ich hab nen Scheißer. So. Oh. Oh, oh. Neibes Glas-Haus. Ja. Sieh mega kacke aus. Ist aber egal. Ja, dann darfst du leider nicht mit Schneider. Ohch! Dass der Äthetik von mir ist. Im Glas-Haus. Ja, gut. Ich hab ja das gemerkt, ja. Ja? Was dann? das glas also ist der grund warum seine lehrerin für dumm erklärt das direkte musst du mir nachher erzählen ich habe damals im unterricht architektur sollten wir aus entwerfen und ich hatte die frage ob ich auch also erst mal ob ich das wäre mit dem verbund system ist gemacht habe ich die zwischenräume mit lava füllen kann zum werben und hat gesagt ja das ist ja blöd das haus habe ich auch die idee gleichzeitig irgendwie so die decken und die böden so aus glas wollen dass man so direkt die etagen durch gucken kann und von ganz unten nach ganz oben so gucken kann im endeffekt und von oben nach unten hat es gesagt ja wie soll das denn halten und sagt ja mit säulen hält es dann das ist nicht ineinander zusammenrecht so wegen statik und säulen und glas soll natürlich natürlich komplett bewahren nicht gehalten komisch kann ich gar nicht verstehe ich habe ich mit laba was das denn durch die gegend laufen ja dann hör doch auf ich glaube wir sind wieder nach hause und fahren einfach über das große wasser das darfst du nicht weil ich finde einfach keinen scheiß normalen wald da drüber machen wir dann das kann das kommt ja wie groß ist dieses schweiß minensystem da für euch auch noch eine extra truhe das sind dann die truhen hier ich glaube ich habe mittlerweile mehr gold als eis gar keine einfach gold habe ich noch überhaupt nicht gefunden scheiße nächstes mal gibt es eine farming session anscheinend ne ich habe jetzt grüß ich trinke genau so wie gar genauso viel oh man ey so gibt es nächstes mal eine farming session wenn ihr dieses mal eine farming session ja das war eine bausession diesmal ach so das ist für mich eine farming session aber ich kann ja mal kurz nach oben gucken und gucken wie günther gerade läuft ob das schon gewachsen sind ja der günther ist halt hier mein bauer weil geht es noch ein bisschen holz ja der günther macht wachsen pflanzen eigentlich auf untertage wenn man die mit glowstone bestrahlen ja es geht auch mit nur meinen packen die müssen halt nur wasser daneben haben dann ist alles easy was hat denn der da für einen block der drecksack oh nice günther du bist der beste und wir nehmen das oak zeug für den scheiß oh dich nehmen wir noch mit fällen wir hier nochmal den walter weg oh das ist klar wenn du nicht einen huhn wirst du dich heiraten Leute ich kann jetzt mit raro zappelings dir ich habe welche ich habe nur die aus dem dschungel aber die taugen nichts ich habe beide günther du bist nicht müde wie ein tier komisch es gehen bei dir ab nur an rubber hängen einfach alles bei mir vielleicht gibt es schon einen geilen extractor und würde mir mein geiles ganze rubber aussauen alter du kannst denn schon so viel watz haben du kannst mir unterläuft ich weiß nicht wie viele 20 diamanten habe ich jetzt nein 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 natürlich alles durch auch wenn du dagegen willst du bist nein nein ich habe jetzt kekse aber ich habe keinen fucking rubber warum geh doch weg du was ist los mit dir achso weswegen wo wer da unten ist es ist aber schlecht dass da unten tanksten ist mhm ja tanksten kannst du umgehen das nächste mal eine creepy mine was ist ja was ist entweder ist es ein baum oder ist im wasser so ein schwarzes turm und rundherum so ein zucker das nennt sich öl ja das ist ein öl vorkommen und wie kann man öl sammeln mit einer pumpe oder einem eimer ja aber mit einer pumpe ist lustiger das ist dieses graue teil das ist ein witz das ist ein witz das ist ein witz das ist ein witz genau in die andere richtung das ist ein witz das war ja das war ja auch echt so ein Lappen oh ho 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 ich wusste das ist immer noch ein paar ich wusste es was kann man mit schnell machen was kann man mit schnell machen äh brennstoff ich habe keinen Sitzling gekriegt auf keinen Sitzling auf keinen Sitzling so hat jeder halt sein Päckchen zu tragen so hat jeder halt sein Päckchen zu tragen ja ist halt echt so ey das ist richtig entertainment vom feinsten gerade so jetzt schaue ich noch mal kurz in meine Wilder hier rein und lache gleich wenn ich hier Rubberboine habe hab ich auch schon gemacht Sascha ich bin in deinem Wald von mir kommt niemand weil ich hier in der gesamte Richtung bin dann gibt es ja noch mehr Rubberboine ist doch gut ist doch Gott Gott ah mann wo ist denn hier noch ne Scheiß okay ich hab Bugs dabei Alter ich hab eh kein Zeug mehr hm wo? ach da hi also das Gute ist ich kann jetzt trotzdem Rubber herstellen weil ich wundervoll viel Rubberwood hab aber nur dieses Kackwood aus dem Wald weiß ich muss hier jetzt eigentlich alles in Extractor packen können dann brauche ich die normalen aber du hast keinen Extractor oder? doch ich kann mich jetzt bauen mit euren Generatoren so lame nach oben vermischt die Arme au 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 ne Moment das muss da drüber ja ach ja ich wollte Kisten machen Kistenwirtschaft hier fertig machen das ist quasi so ein bisschen das Bauernlagerhaus wer kennt es nicht so die Scheune na muss halt sein machst du nen Bauernhof? ja ich wollte schon immer Farmer werden das dachte ich mir jetzt der Dig du bist doch hier geboren machst du ernst auf nen Bauernhof? nein ich wollte grad schon sagen macht Sascha nen Bauernhof? ja man ja nice meine Fischerhütte eine relativ große Fischerhütte aber das war jetzt weg joo das kommt hier rein fuck das ist die größte Fischerhütte der Welt und ab nächstes mal können wir dann auch Spaß haben endlich neben nem kleinsten See der Welt können wir erstmal die Biene oder die Fresse kriegen danach können wir Leute ärgern gehen du kennst die Seen im Dschungel ja bisschen klein so so ne? ja ein bisschen aber da sind wir zu Fischerhütte und genau von so einer von so einem Sitz hab ich halt den Eingang von meiner Gold fuck ach so wir lass uns mal so erstmal voll geil komm kisten wir die Kiste Kistenzeption Alter ich hab hier alles ich hab jegliche Arten von Holz äh rubberwood Sascha hast du rubber woher soll ich rubber haben? Sascha hilf ihm nicht das ist ne Falle ich hab ihm grade gesagt ich hab noch nix mit Tackett gemacht woher soll ich rubber haben? it's crap ey wie siehst du mich in der Luft fliegen über dir? ach nein ok also bist du nicht hier wieso hat der Gott nicht funktioniert? jetzt brauchen wir noch Fenster eben noch Fenster und dann bin ich soweit betracht okay hier Okay, hier. Hey dude, wo ist mein Auto? Aus, ist es weggelaufen. Wo? War echt so, oder? War ein zweier Ding, oder? Nein, das ist zu groß. Eins neues. Ah, das sind diese Kackfenster hier in diesem Texture Pack. Ne, da braucht man glaub ich auch die Feind für. Das Chisel-Ding haben wir nicht, oder? Fuck. Chisel? Chisel man nil. Oh man ey. Was ist denn los, Sonne? Ich hab keinen Bock mehr durch die Gegend zu rennen, Alter. Ja, ist ja sowieso Feierabend für heute. Ach, mir reicht's. Ah ja, stimmt. Ah ja, stimmt. Ja, warte, dann will ich aber ein letztes Bild von Günther noch haben. What? Ja, ich will noch nach oben gehen zu Günther. Ich bin ja die ganze Zeit unter Tage. Man muss ja auch um Günther kümmern. Ja, Günther hat einen kleinen See, wo er planschen kann. Einen Baum mit Kakaobohnen und einem Feld. Alter, das sieht die Rüstung auf meinem Skin scheiße aus. Was sieht scheiße aus? Die Rüstung auf meinem Skin. Ja. Der Mundschutz ist komplett über die Augen rüber. Der Ästhetik war deine Session. Ja. Ja. Hallo liebe Leute. Ich brauche hier noch kurz was zu Ende. Viel Spaß bei der Folge, denn die habt ihr euch angeguckt. Ich hoffe, allen hat's dir gefallen. Wir wissen, das ist am Anfang immer ein bisschen, erstens natürlich ein Durcheinander, weil alle euphorisch sind und gleichzeitig auch ein bisschen lame, weil wir unsere Basic-Quatsch hier machen müssen. Ne Bude und vielleicht die ersten paar Sessions. Aber ich kann versprechen, der bis hierhin durchgehalten hat, der wird nicht bereut. Also der bereut's nicht, weil... Der wird nicht bereut werden. Nächstes Mal, spätestens nächstes Mal irgendwann kommen wir mal in die Aspekte, wo Tekken lustig wird und wir auch coole Sachen mit den anderen Leuten tun können oder gegen sie. Du bist der einzige Weg, alle Leute abfangen. Das wird nicht so. Wahrscheinlich. Schauen wir mal was für tolle Sachen. Also dann, wir sehen uns bei der nächsten offenen Session bei mir übermorgen. Ich weiß nicht, wie es die anderen machen. Ist mir auch egal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.